Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, erinnern Sie sich, bei der letzten Bundestagswahl war das Ergebnis schon eng und dieses Mal wird es auch sehr knapp werden. Ihre Stimme könnte die entscheidende sein. Aber damit Ihre Stimme auf jeden Fall zählt und damit bis zum Wahlsonntag nichts mehr dazwischen kommen kann, nützen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Bis spätestens drei Wochen vor dem Wahltag wird Ihnen eine Wahlbenachrichtigung zugesandt, auf deren Rückseite ein Briefwahlantrag aufgedruckt ist. Alle diese Informationen habe ich für Sie auch noch einmal auf meiner Homepage unter www.dagma-world.de zusammengestellt. Die Briefwahl ist einfach unkompliziert und Sie können wählen, wann es am besten in Ihren Kalender passt. Wenn Sie Ihre Briefwahlunterlagen gleich online beantragen wollen, dann klicken Sie bitte auf diesen Link. Bitte geben Sie mir die Erststimme, damit ich auch weiterhin die Stimme Nürnbergs für Sie in Berlin sein kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.